Alexander Van der Bellen habe ich letzte Woche interviewt und der hat mir gesagt, ein Abbruch der Beitrittsverhandlungen sei nur ein Placebo für Menschen, die Türken nicht mögen. Mag die SPÖ keine Türken mehr? Das hat überhaupt nichts mit den in Österreich lebenden Türken zu tun. Da geht es in Wirklichkeit um die Menschenrechtsverletzungen, die in der Türkei stattgefunden haben und stattfinden. Und das hat nichts mit den Österreichern, die türkische Wurzeln in Österreich haben. Aber Alexander Van der Bellen argumentiert ja so, dass er sagt, man darf den Draht zur Türkei nicht komplett abbrechen, denn sonst orientiert sich die Türkei woanders hin. Hat das nicht auch einen gewissen Punkt? Natürlich ist das richtig. Man darf natürlich nicht den Kontakt und die Kooperation mit der Türkei abbrechen, aber davon war ja nie die Rede. Und es ist einfach ein Missverständnis da zu glauben, wenn man heute die Politik Erdogans kritisiert, dass man damit in Wirklichkeit den in Österreich lebenden Türken oder Österreicher mit türkischen Wurzeln kritisiert. Ganz und gar nicht. Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.